Ich würde auch gerne nochmal eine andere Ebene ansteuern. Haben Sie und Ihre Mitstreiter mit dem Gedanken an Thomas Tuchel im kommenden Sommer zu wenig Wert darauf gelegt, dass die aktuelle Saison erfolgreich gestaltet wird? Also zu dem Thema habe ich das schon gesagt, äußere ich mich nicht. Wir haben alles versucht, diese Saison so auszugestalten, dass er erfolgreich ist. Wir wussten, dass er eine schwere Saison wird. Und das ist er nach wie vor. Und wir müssen gucken, dass wir die positiv zu Ende bekommen. Wie weit sind Sie denn offiziell in der Verabredung mit Thomas Tuchel? Ich werde nicht über Thomas Tuchel sprechen.